Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft auf dem GroupCraft Server. Wir sind gerade am paar Sachen suchen, haben euch recht, ja, gut gefarmt. Halt Sachen, die man jetzt nicht so oft einsammelt, aber gut zu haben. Hier ist eine Schlucht, ich muss runter, ah, hier oben, das ist das, was ich war, ja, das ist die gleiche Schlucht, gehen wir noch kurz auf die andere Seite, okay, wir müssen dann noch runter und dann ein Waypoint machen, so, auf eben 11, genau, oh, schauen wir, was man hier hat, dann können wir noch, eines haben wir frei, wow, seit wann habe ich nicht mehr einen Smart gefunden, das ist schon länger her, aber ich weiß noch, ich habe recht viel gefunden, so, gut, dann machen wir einen Waypoint Minen wieder, so, slash home LP, so, jetzt haben wir recht viel Diorik gesammelt und können dann, ähm, ich mache die zum Denkiste, ja, die mal kurz rausnehmen, so, die rein, die rein, ähm, was raus, Sand raus, Erde raus, Bruchstern raus, so, dann können wir hier Kohle rein machen, ah, die Kohle können wir raus machen, ähm, das hier rein, das hier rein, so, das hier rein, da rein, jo, gut, zuerst machen wir mal den Baum, damit wir dann haben, haben wir hier noch einen Setzling, keinen, okay, muss ich doch vier mitnehmen, hm, gehen wir nochmals hoch, können gleich mal noch die Sachen für die Tiere mitnehmen, dann mache ich kurz noch eine, ja, eine Küste, so, ähm, nehme ich noch mit die Schere, Weizen, so, sollen wir noch Eier, für was brauchen wir Eier, ja, okay, wir brauchen Eier für den Kuchen, so, noch die Setzlinge, ein Setzling mitnehmen, ich hoffe, die großen Bäume geben dann mehr, aber ich denke schon, so, das ist jetzt ein großer Baum setzen, gut, was schreiben denn die, kein Bock, ah, du hast kein Bock, gut, da hast du kein Bock, so, Hallo, Tierchen, oh, ihr seid hier schon viel, okay, ähm, die Kiste mache ich jetzt mal, ja, hier hin, so, ähm, was ich möchte, ist jetzt mal kurz, haha, komm, plötzlich, ich alle, so, 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 und die, die noch Hunger haben, gehen hier hin, so, allzu viele möchte ich da nicht mehr haben, jetzt höre ich ein paar, so, die Schafe, die könnte ich noch gebrauchen, so, gut, ja, mehr oder weniger erfolgreich hier, nehm ich noch das Erfahrung mit, damit wir bald wieder, Level 19, äh, 29, äh, 23, 30, Level 28 sind jetzt, und jetzt müssen wir Level 30 werden, damit wir 30, Level 30 Verzauberung machen können, so, Minecraft, ich hätte ja gerne bessere Zauberungssachen, und vor allem mehr Levels, die lohnenswert sind, sonst ist man immer Level 30, also schaut man immer, dass man Level 30 optimal sein kann, ah ja, die Hühner, gut, die Hühner mache ich irgendwo an, das, so, die Hühner, die werde ich hier irgendwo machen, naja, am besten hier, ich mache ein Loch, einfach nur ein Loch, so, so, jetzt schauen wir mal, schauen wir mal, ob es Hühner spawnen, ja toll, so, wenig Glück, eins, zwei, drei, 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 noch Kerne holen, und eine Leiter, kann gerade nicht, so, ähm, naja, haben wir gerade nicht, ja, die Kerne, Körnchen, da, nein, ich habe es schon gezeigt, ach Gott, so, ja, die können gar noch nichts, ach komm, so, dann haben wir hier mal, die Sachen, können die Sachen zwischenlaufen, genau, nicht, ich rein, die rein, die rein, Schere rein, so, dann gehen wir dann bald noch meinen, ähm, aber zuerst will ich noch kurz im Haus machen, so, jetzt schaue ich mal, hier machen wir ein Fenster, und, ähm, hier, hier, so, ja, so, und hier, die Kiste können wir kurz weg machen, ähm, die mache ich hier rein, hin, so, gut, dann können wir hier schon mal das Glas, mache ich Glasscheiben, so, die rein, Glasscheiben, schaue ich mal hin, so, oh, wieso habe ich denn das hier platziert, so, dann machen wir ein schönes, chilliges Häuschen schon mal, so, so, Delle, so, Delle, Ok, dann haben wir, ja, wenigstens mal ein Haus, was zwar noch kein Dach hat, aber, ja, weil es nach einem Haus aussieht, der Boden, ja, der Boden mache ich dann später, so, ja, dann gehen wir nochmals in die Farmwelt, ähm, so, ich will ein paar Diamanten finden, ein paar Diamanten finden, ich möchte ein paar Diamanten finden, Ok, eine Wüste ist da, Ja, ich würde wahrscheinlich dann noch eine zweite, ähm, Diamantenspitzhacke machen, damit wir dann ein gutes Schwert haben und es zusammenkleistern können, so, zusammenschmieden können, haha, ähm, ja, Eisen ist gut für die Eisenblöcke, Die Orid brauche ich jetzt gerade nicht, keine Lust, Hm, look, du stirbst oft, haha, Ich weiß nicht, wo das Skelett ist, ist mir egal, jetzt, Es hört immer aus, ob es viele wären, aber es ist wahrscheinlich nur eins, Es ist nicht lohnenswert, weil wenn es viele wären, wären es Spawn-Internäure, Und ich liebe Spawn-Internäure, haha, Was machst denn du? Ein Wassertempel aus, Ich hatte auf einen anderen selber mal das gemacht und bin auch masslos ertrunken, weil man so langsam wieder an die Oberfläche kommt, Aber ich habe gute Tipps seitdem, haha, also wenn wir jetzt noch einen Wassertempel finden und blenden wollen, werde ich da mal den Nein setzen, den Tipp. Es ist ähm, Leitern haben ja was, also ein Luftloch, und wenn man Leitern unter dem, beim Tempel platziert, dann kann man dort atmen. Und ja, das ähm, hilft schon recht viel. Ja, das ist etwas, was man nicht machen sollte, wenn man noch nicht gut ausgerüstet ist. Da hat scheinbar mal Young ein bisschen übertrieben, aber das ist gut, haben wir eine Herausforderung. So, wir sollten ein paar Diamanten finden, jetzt, hallo, ich suche Diamanten, ich suche Diamanten. So, umkehren, ich will nämlich hier im Ding bleiben. Ähm, Extremely Hill, Bios. Ähm, Extremely Hill Plus ist das sogar okay. Was jetzt der Unterschied ist, weiß ich jetzt nicht genau, aber ich glaube Extremely Hill Plus ist nicht so gewirgelt. Wasser Tempel ist gefährlich. Hallo. So, noch ein bisschen Eisen abbauen hier. Okay, ähm, so. Ähm, ähm, ja, also gehen wir zurück hier. Und machen dann das nächste Mal weiter mit meinem Sudele. Ich denke, das... Ich bin irgendwie süchtig. Ich bin gerade am denken. Die Diamanten wählen schön. Aber wir haben ja eigentlich schon 20 Diamanten. Gerade brauchen wir nicht mehr. Das ist ein Tempel, äh, das ist ein... Ein Spawner. Das muss ich jetzt erkunden. Es ist zu leise. Es ist zu leise. muss ich jetzt leer sein. Dann habe ich hier eine Zeitoup und dann sprache ich mir eine ähn Sep玻sіть. poetry, mit três,ắm aquele, mit verteidigen Sie. Und dann sprayed ich hier mal Era 15. bitte. Dort drüben. Ah, hier. Und wo ist das Skelett? Hier ist eins. Aber das war es doch nicht, oder? Hier oben. Ist das das gewesen? Oh, je. Hier ist ein Spin-Spawner. So. Jetzt wird es noch spannender. Ich hoffe, ich... Ja, die Spanien sind jetzt nicht so schwer. Nur das Gift stört ein bisschen, aber das sind die Hexen viel schlimmer. So, wie viele Erfahrungen bekommen wir? Oh, recht viel. So. Haben wir keine Kiste mehr. Ach, meine. Ja. Nehmen wir noch kurz das da mitzuseißen. So, gehen zurück. Jo. Also. Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Part. Bye.